Bhagavad Gita, Vers 3.8 Erfülle deine vorgeschriebene Pflicht, denn es ist besser zu handeln, als untätig zu sein. Ohne Arbeit kann ein Mensch nicht einmal seinen physischen Körper erhalten. Erklärung Es gibt viele Meditationsgaukler, die vorgeben, von einer hohen Familie abzustammen und viele Pseudo-Yogis, die aus ihrer Meditation einen Beruf gemacht haben und fälschlich behaupten, sie hätten alles für ihren Fortschritt im spirituellen Leben geopfert. Shri Krishna wollte nicht, dass Arjuna ein Heuchler wurde, sondern dass er seine vorgeschriebene Pflicht zu erfülle, wie sie für Kshatriyas festgelegt sind. Arjuna war Haushälter und General und deshalb war es für ihn besser, in dieser Position zu bleiben und die religiösen Pflichten zu erfüllen, die einem Haushälter und Kshatriya vorgeschrieben sind. Solche Aktivitäten reinigen allmählich das Herz eines weltlichen Menschen und befreien ihn von der materiellen Verunreinigung. Sogenannte Entsagung mit dem Ziel, auf diese Weise für seinen Lebensunterhalt zu sorgen, wird niemals vom Herrn oder von den religiösen Schriften gebilligt. Man muss Körper und Seele durch irgendeine Arbeit zusammenhalten. Man sollte jedoch seine Arbeit nicht aufgrund eines launischen Einfalls aufgeben, ohne zuvor von allen materialistischen Neigungen gereinigt zu sein. Jedes Lebewesen in der materiellen Welt hat mit Sicherheit die unreine Neigung, die materielle Natur zu beherrschen, das heißt, nach Sinnenbefriedigung zu streben. Solche unreinen Neigungen müssen gereinigt werden. Ohne seine vorgeschriebenen Pflichten zu erfüllen, sollte man niemals versuchen, ein sogenannter Transcendentalist zu werden, seine Arbeit zu entsagen und auf Kosten anderer zu leben.